Bis du weißt, welches Lieblingslied mich würde interessieren, dein Alter mir bitte ins Ohr flüstern. 21! Wirklich? Dann sind wir ja fast genau gleich alt. Hast du jetzt ein Lieblingslied? Also, Papa, wie schaut's aus? Keine Oldies! Seemann lasst das träumen. Jetzt kann's. Gutes Ding braucht beide. Okay. Böhmischer Traum oder griechischer Traum? Dann nehmen wir den griechischen Main. Weil den böhmischen Traum spielen wir sowieso. Und den griechischen Main hätten wir sonst nicht gespielt. Was heißt das? Er singt! Das müssen wir im Vorfeld nochmal erklären. Wer bist du? Du bist der Willi! Können wir kurz drei Willis bestellen? Ja! Drei Willis für die Kapelle! Und du kannst das Lied text sichern. Alles gut! Dann bitte einen Motivationsapplaus für den Willi! Es geht jetzt klein los! Ja! Ja! Da war ein Willzhaus, aus dem das Licht noch haut. Drei Willi! Ja! 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 Da war endlich was läuft! Ja! Fiess Contact level! Aber dann gehört ja so! Ich Enterer couple von Wittmann! Untertitelung des ZDF, 2020